Kisomba-Tanzlehrer im Umkreis Stuttgart. Darum geht's hier. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCray. Und ich liebe es. Ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten. Ich möchte auch dich in Bezug auf Kisomba tänzerisch begleiten, dafür sorgen, dass du deine Kisomba-Ziele tänzerisch erreichst. Ich als Kisomba-Tanzlehrer, als Kisomba-Privat-Tanzlehrer möchte dein persönlicher ARTV, IHK, World Dance, kannst du Gütesiegel ausgezeichneter, ausgebildeter Prädikat-Tanzlehrer sein. Dein Kisomba-Tanzlehrer. Wenn du dir vorstellen kannst, über Kisomba-Privatstunden, dein eigenes Daheim, dein eigenes Verwenden bei dir im Eigenheim, bei dir zu Hause oder Kisomba-Stunden an einem anderen von dir vordefinierten Wunschort da zu nehmen, beziehungsweise einfach das Konstrukt, ich komme dahin, wohin du mich haben möchtest und ich bringe dir das Kisomba-Tanzen so bei, wie du es brauchst oder eben dann für dich bevorzugst, dann lass uns loslegen über den Kontakt, über die Nummer 0176 840 44 661. Die Nummer für deinen Kisomba-Erfolg, wenn es darum geht, dass du Kisomba-Fortschritte machst und nach vorne katapultiert wirst und dein Kisomba-Ziel erreichst. Hier erneut die Nummer 0176 840 44 661. Kisomba wird in Stuttgart getanzt. Lass uns loslegen für deinen Kisomba-Erfolg. Ich freue mich auf unser Telefonat, auf unseren Kontakt. Los geht's. 0176 840 44 661. Ich freue mich auf unsere Kisomba-Erfolg.